Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von AktionärTV. Mit mir im Studio mein Kollege Andreas Deutsch und im Hintergrund die neue Ausgabe vom Aktionär. Fünf Aktien, die jetzt durchstarten, weil Sie es noch nicht getan haben. Sehr gut. Gut erkannt. Wir haben natürlich andere weitere spannende Themen für Sie mit dabei. Cannabis haben wir noch mal unter die Lupe genommen. Das war ja zuletzt relativ volatil, aber mein Kollege Michael Döpget, der sagt, der Herbst wird heiß, denn da steht eine weitere Legalisierungswelle bevor. Dann haben wir Deutschlands erfolgreichste Gewinnformel für US-Werte. Stellen wir Ihnen auch genauer vor, wie das Ganze funktioniert, welche Werte da momentan im Depot drin sind, nach welchen Kriterien sie aufgenommen werden. Seit Jahresbeginn denke ich 63 Prozent, das steht jetzt, ich kann es nur kaum lesen, 63 Prozent im Plus. Also, durchaus sehenswert. Wir haben einen E-Scooter-Hersteller aus Asien. Der steht unserer Meinung nach kurz vor der Rallye, weil das ist momentan ein Thema, das absolut gespielt wird. Und in Asien brauchen die Leute momentan ganz einfache Alternativen zum Auto, weil die verpesten ganz einfach und vor allen Dingen verstopfen auch die Innenstädte. Und wir haben uns unter anderem Werte vorgenommen. Gary Weber, Steinhoff und auch ein Tom Taylor. Angeschlagene Konzerne. Wie geht es hier weiter? Wie sind die Überlebenschancen? Was sollten Anleger tun? So, jetzt aber zu dem Teil, für den du mit eingeladen wurdest. Da kommt sie schon. Da kommt sie schon. Also, worum geht es? Richtig. Also, wir haben ja eine wunderbare Marktphase im Moment. In Amerika ist die Hosse ja zehn Jahre alt geworden. Also, die längste Hosse aller Zeiten. Aber, man muss auch dazu sagen, dass nicht alle Werte mitgelaufen sind, beziehungsweise einige zurückgekommen sind und jetzt so den letzten Schwung dann nach oben nicht mitgemacht haben. Und auf die haben wir uns in der Ausgabe dann konzentriert. Haben dann ein großes Screening durchgeführt, welche dann zu Recht unten liegen oder relativ weit unten liegen und welche zu Unrecht so weit abgestraft worden sind, dass sie jetzt möglicherweise wieder Einkauf sind und dass sie jetzt langsam zum Turnaround, zur Trennwende dann übergehen. Oder die einfach übersehen wurden von den Anlegern. Passiert ja hin und wieder auch. Oder so, genau. Aber es gibt, wie gesagt, auch Werte in dieser Story. Da wird klar gesagt, das wird nichts mehr davon. Solltet ihr ja lieber mal die Finger lassen. Richtig. Also, wir haben es aufgeteilt. Wir haben ja die fünf Aktien, die jetzt durchstarten. Dann haben wir noch fünf Aktien, die jetzt Ruhrkrepierer sind und unserer Meinung Ruhrkrepierer bleiben werden. Und da muss man dann auch ganz klar sagen, weg damit. Alles klar. So, also, Sie wissen, wonach Sie am kommenden, morgigen Freitag im Einzelhandel schauen müssen. Schönes rotes Cover. Kann man relativ leicht finden. Hat uns wieder Spaß gemacht, die Ausgabe zu schreiben? Heute als E-Paper schon. Ne, seit gestern schon. Aber ab jetzt, kann man sagen, ist es als E-Paper mach's doch nicht so kompliziert. Deraktionär.de auch schon. Genau. Wenn Sie es gar nicht abwarten können. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.